Servus Leute, ich bin der CrankHouseTV und bin 14 Jahre alt und ich hätte mir einfach mal gedacht, ich mach SkateBlog. Das erste Mal hab ich das gesehen bei Skate701 Germany oder wie auch immer. Ja, wir fangen einfach mal an. Welt wird geladen. Ich hab schon mal die Welt konvertiert, weil ich keinen Bock hatte da. Das Zeug da, ja, so lange warten zu lassen. So, jetzt haben wir hier Wasser. Und, ähm, ich glaube, das war so. Ja. Da ist nix drinne. Ähm, Lava mach ich mal zu. Weil ich will die Kiste haben, ich will lieber anders hinsetzen. So. Das ist ziemlich wichtig bei dieser Map. Kein Block darf irgendwie verloren gehen. Ja. Fast wie der hier. Und, äh, ja. Also kaum Blöcke dürfen verloren gehen, sonst... Ja, das war jetzt schlecht. Das war ganz schön schlecht. Und, äh, ich glaube, ihr hört grad... Ja, wut? Puh. Also, äh, ich glaub, ihr hört grad... Ich muss mal was machen. Ich muss mal meinen Browser zu machen. Ja, ich hab so many Items, wenn ich runterstürze, dass ich dann nicht sterb. Und ich glaub, ich fuhr grad von... ...irgendeinem Pädobär angeschrieben. Ich glaub, von meinem, äh, Let's Play Partner. Ähm, ähm, ja, der heißt Tombas18 in Skype. Ihr könnt ihn gerne rum... ...rum... ...schlawinern, was auch immer. So, Wasser, ähm... What the fuck? So. Einmal rein damit. Sticks. Woll ich hier... Bin ich behindert? Nein! Bin ich nicht! So, hier im Block hinsetzen. Da ist schon mal unser erster Koppel-Stone-Bag. Unser zweiter. Ja, unser erster Koppel. Yay! So. Ja, also, äh, Playlist, so. Gibt's im Internet. Sag ich aber nicht von wem. Hihihihi. So. Ähm, ja. Gibt's nicht viel zu sagen. Das ist Geil-Block. Ähm. Man soll sich ne Welt aufbauen mit nem... Mit ner... Wechs nicht. Mit ner Melonen-Farm. Eigentlich muss da gleich mal gucken. Wende des Tins auf Xtreme. Da hinten müsste irgendwas sein. Oder ist es da? Ich weiß es nicht. Der ist weg. Ganz nah an Koppel. Okay, jetzt kommt die Render. Das tanz ich mal wieder runter, also. Normal. Weil mein PC ist nicht der beste. Hm, ja. Groß an. Ja, ich baue hier erstmal so. Zap, 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 zap. Zap. Wuh, luh, 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 luh. Erdblock. Da. Da, da ist es. Ja, da. Da bekomme ich Sand her und Kaktus. Ja, also das Projekt mache ich höchstens bis 90 Folgen. Dann werde ich eine Umfrage starten. Ob ihr das noch weitermachen wollt mit mir. Oder soll ich das in den Server stecken? Weil das kenne ich auch. Da kenne ich ein paar Typen. Die können abmachen. Äh, ja. Und dann mit mir zocken. Auf dieser Welt dann. Wäre ganz cool eigentlich. Stell ich mir gerade so vor. Geht das noch? Und dann soll ich sich ein paar die vom Adventschreiben. Wir was ein paar Wochenst scale. yöners? Ich bin mir Radisch aufELLE immer. Und dann soll ich mich das nicht sicher General Arzüben.